Auch Mercedes hat ein neues Kompakt-SUV auf die Vienna Autoshow 2014 mitgebracht. Der neue GLA verfügt als erster Mercedes-SUV auf Wunsch über die neue Generation des permanenten Allradsystems 4MATIC mit vollvariabler Momentverteilung. In der Top-Version GLA 45 AMG hat man 360 PS unter der Haube und fährt das stärkste Kompakt-SUV der Welt mit dem weltweit stärksten Serien-Vierzylinder-Turbomotor. Die GLA-Klasse startet im März zu Preisen ab 31.900 Euro.